So schnell! Geil, mach nen Remix, guck! What's up, Leute? Es ist Samstag. Wir gehen jetzt mit Django spazieren. Es war ein harter Abend gestern. War aber sehr gut. Es hat Spaß gemacht. So ist das, wenn man sich mit Freunden trifft. Besonders wenn man sich mit Freunden trifft, die man länger nicht sieht. War richtig cool gestern Abend. Heute gehts weiter. Heute gehts zu Dino und Michaela zum Grillen. Auch Burger wieder. Aber das gefällt uns doch. Wir lieben Burger. Und morgen gehts auch irgendwo hin. Aber das verrate ich euch wahrscheinlich erst morgen. Jetzt gehen wir mit Django spazieren. Der Hund muss Auslauf haben. Jango ist kaputt von unserem 40-minütigen Spaziergang. Aber zu seiner Verteidigung kann ich sagen, es ist auch sehr heiß. Also ich schwitze ja auch schon richtig ab. Als wir losgegangen sind, war richtig schön. Aber jetzt ist es schon richtig heiß. So, jetzt gehen wir nach Hause. Django muss sich erholen. Ich gucke, ob das Video fertig ist. Und dann später gehts weiter. Ah, wir fahren noch Baustelle. Da musst du auch noch hin auf dem Weg, wenn wir zu Dino fahren. Das ist so schön, ne? So, ich muss schnell zu Publix für Django Futter holen. Der arme Hund hat nichts mehr zu essen. Und dann muss ich duschen, mich fertig machen. Und dann gehts schon bald weiter. Wir sind jetzt angekommen. Wir haben gerade noch mit dem Sales Guy geredet. Und über einige Dinge. Jetzt gucken wir uns an, was die noch so gemacht haben. Das Haus ist gestrichen. Ihr kennt das ja noch nicht. Ich kenne es schon, weil ich Montag hier war und hab ein Foto davon gemacht. So sieht das aus. Gestrichen alles. Ich hoffe, die Tür hinten ist auf, dass wir rein können. Guck mal, wie das spiegelt. Das ist extra, damit die Sonne nicht reinkommt. So sieht das aus. Wunderberg. Jetzt gehts weiter nach Lakeland. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Dino hat uns schon erwartet. Jetzt geht's rein. Es ist sehr warm. Ich höre schon Leon bellt. Einfach aufmachen. Wiesabwoi. Did you miss daddy? So, lieber Nico, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Ich trinke ein Corona auf dich. Und machen Party. So, komm vorbei. Ich hoffe du kriegst das hin im Oktober. So, wir... Was ist los? Leon. Wir entspannen gerade hier schön. Solche ausklappbaren Sessel. Und gleich gibt's lecker Burger. Leon, du kriegst aber nichts. Wer will was gesichern? So, der Burger ist fertig. Oder die Burger. Hey! I'm sorry. I'm sorry. Was soll'n das? Was? Das ist die letzte Parade in Lakeland. Mal rein, der Hunde nicht liegt. Wie ist es, wie ist es. Hör, du kannst weg. Heine. So geht der Leon immer spazieren. Er muss immer seine beiden Spielzeuge dabei haben. Ohne geht's nicht. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Einen schönen Grillabend wieder gehabt. Und als wir unterwegs nach Hause waren, da habe ich eine SMS bekommen von Thomas. Er meinte, falls wir noch was machen wollen, könnten wir irgendwo hin, in eine Bar oder so. Ho, das werden wir jetzt wohl tun. Jetzt fahren wir in eine Bar und treffen uns mit ihm. Und wer der Thomas ist, erfahrt ihr später. Bis gleich. So, wir sind angekommen und hier wollen wir gleich ein bisschen chillen. Jetzt muss nur noch unser Kollege Thomas ankommen, oder er versteckt sich hier rein. Oder er versteckt sich schon irgendwo. Wir haben viel Spaß, wie ihr sehen könnt. Also, jetzt erzähle ich euch mal, wer der Thomas ist. Er hat mich angeschrieben vor ein paar Tagen. Er ist ein Abonnent von mir, ein ganz frischer, von der Woche, glaube ich. Er hat ein Video gefunden. Und er arbeitet hier seit ein paar Wochen in Amerika. Und er ist jetzt nach Kloyda geflogen. Er bleibt wohl hier in Amerika für Jahre. Und er wollte sich mit mir treffen. Hat gefragt, ob wir uns mal treffen wollen auf dem Bierchen. Natürlich, da sage ich doch nicht nein. Ganz locker Typ. Richtig cool mit ihm. Also, vielleicht zeige ich euch... Zeige ich euch... Vielleicht zeige ich euch... Vielleicht zeige ich euch ihn noch. Vielleicht auch nicht. Das ist so funny. Und das trinken wir. Die Bierbong, Baby. Mann, das ist ein geiler Abend. Gleitere Lifestyle. Also, ich beende den Vlog für heute. Danke fürs Zuschauen. Macht die Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.